es so wie sieben hihihi ich hab durchgängig auch ja aber eh dass die Leute so gut ich habe Gott sei Dank sehr viele gute Sachen es war hier sind alle dem Tode gemeint hier sind alle dem Tode gemeint ja das ist das ist aber richtig fair wenn am anfang stirbst in dem scheiß hauswort und das instant einstürzt danke was passiert ich hatte angesnipet aber es eigentlich kennen oder? ach ok ich glaube ich war schon hier dabei hey du Bitch ich hab dich gesehen ne oder wahrscheinlich nicht ah er nicht Julian das hätte man überhaupt nicht gedacht ja gar nicht ne ja voll unfair finde ich Julian du Bitch ich wollte Tarkan töten das ist ABERBER ne ist da wieder du hörst ja mal gott hat er grad eh mit Explosionsfass rumgespielt alter nein nein ne 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 nein ne Ahahaha scheiße come on Whiskey team was?! So geht dasister Tarkan lass das noch mal beat Owch Ich fliege wie siehst du Vokobie schaffst du das ist 8 ja genau ich schaff das boah alter ich hab dir auch vier Leute mit dem Haus getötet Danny Junge ja ich weiß ja das ist wenn er irgend so ein kleiner Mieser Pisser ist der wieder am Anfang mit dem Diskum runterkickt nicht das an oder und ich nicht mal irgendwie raus kann aus dem scheiß Haus und es einfach einstürzt ja aber das ist genau so was ich hatte viele Leute beim Pool gesehen weißt du erst mal Knopf drücken ja toll ich war im Haus eingesperrt Prozent und die Städte die Städte die Städte die Städte und ich jetzt waren an die wir einen neuen Turm ich hab keine Ahnung wo da habe ich keine Waffe dann schlag nochmal ich wieder meinem Alltag gleich mal runtergekommen Baby kannst du mich doch leiden glaubt ihr Respekt ja nein Nein gelegte gelegte weg 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 nein ich verschlage nochmal wieder den Turm nein 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 Ohn doch von Schrotzern Hilf dir bitte und laut sie wenn du jetzt gleich wieder spawnen wieder im Haus crack Ne gut ich bin nicht, ich bin nicht im Haus aber mal正achine aber ich hab voll wenig Buch dafür bekommen weil ich viel Innoten sineich gehabt ob ich ja vielleicht weil du nur den Knopf gedrückt hast und das zählt sich as selbst umgebracht die Schilder und bei der Reichen später den Kiel ein die Zeit und man muss vorgeben werden Ackett der Angelegenheit ist das Thema und ich glaube ich war das Wetter wie wir haben von mir schon mehr habe ich nicht getan ich habe es ja auch eine Linie wie liebte anhandelst Prozent hallo ich tut ja doch gesagt ja was würde er gar gern ein lustiger kleiner traktor mann hat doch gleich identifizierter wir später noch wissen wer hat ja komm es ist okay ich bin ich bin ich bin ich glaube ich bin ich bin ich glaube ich bin ich glaube ich bin ich glaube ich bin ich glaube ich bin also entweder Gamer und Wettkater wenn es Tarkin ist und auch er hat kann es schließlich laut die dann sehr klar werden zu werden Frau Klinge trocken jetzt hätte ich trocken ich wollte nicht hat sich nach scheißer Tag kann eigentlich mit einer goldenen Dieke getroffen hat ich habe sogar glaube ich das Geräusch geliebt getroffen hat bei nahe in Acker kommt er hätte er das hat dann gewusst ist es doch die Tote ist an der Seite ich habe immer so vertraute ich mich sogar hingestellt habe es sagt das und jetzt sagt er als er gestorben er hat der Kurschef das er gestorben ist da ich habe ich habe ich habe nur gesagt dass sie da das Wort machen er hat das so abgeschossen aber das ist hätte ich will kommen weil sie dann auch noch auf er hätte wenn du sich hier die Erwanderung an das machen in diesem spiel die hohe meine ich dachte ich dachte wirklich dass er bei dem wer da war er bei ihm aber dann hat war einfach alle killen ohne scheiß ich drückt ab Levy schreit Tag und dann sehe ich Levy tot noch eine tot ich tue einfach alle killen ja der Ditte war tot aber ich habe ihn zwar mit der goldenen abgeschossen da war gerade ein Diegel wie das Ding heißt ich war irgendwo jetzt war ich auch die ganze aufgehört Diegel hat gesagt ich war inner also Levy hallo die 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 ich hatte auf die Explosionsfässer das war ich meine okay ich habe weder aber das darf ich nicht ab ab er hat er hat er hat er hat auch nicht der kopf ist also wir haben gehabt abkabiert ist doch und der kreis die hälfte tag an tag an tag an kathäder getötet wie du warst es doch mit deines leibes gilt ja genau ich hab's neid was geht der war gut das ist noch jahre lang ist das auch heute ich versteck mich hier aber es ist das gut das ist gerade abgeschossen die in den der geschehen er hat sich die mann laut ihm wo bist du Uchi, du machst das. Ich bin normal an dich. Alter, ich könnte jetzt Tarkan wegschießen. Ist der Traitor eigentlich? Ich bin Inno. Ich bin 100. Ich bin... Da muss ich ja Traitor sein. Das bin ich aber nicht. Also ist der Dater Inno. Ja. Der Dater ist doch Inno. Ne, ich meine Traitor. Fukyu! Auf Fukyu! Ich bin 100. Oh Gott. Tarkan. Warum brauche ich dich daran, dass du Tarkan? Ich bin ernst. Wie geil, ich höre. Nimm seine Punkte. Er hatte keine Punkte. Ne, hatte nicht. Ich bin 100. Wann hat Tarkan das gesagt? Was habe ich gerade gesagt? Alter, hast du gerade wirklich verkackt? Mein Junge? Er wollte sagen, ich bin 100 pro Inno. Sag einfach nur, ich bin 100. Alter, da musst du mehr von deinem Mais lernen. Das stößt er ziemlich gleich ab. Was? Trotzdem. Oh fuck. Oh fuck, ich kann ja ganz dran sehen. Der hat gewissen, Alter. Der hat gewissen. Das war der beste Schuss. Komm, Lauti, mach's das. Komm, Schildi, schau. Oh, Alter, nice. Mit welcher Waffe, Alter? Ich bin Schildi, Alter. Alter, wie das denn? Auf die Entfernung? Alter, voll. Ich bin der Einte. Ich bin der Eintritt. Ja, ich bin der Eintritt. Ich bin der Eintritt. Ich bin der Eintritt. Der Schildi, der Schildi, der Schildi, der Schildi, der Schildi, der Schildi. und steigt da drüben und danke, dass du mich angeschossen hast, Lauti! immer wieder gerne ja, deswegen weiß ich auch, ich hab dafür Minuspunkte ach, Minuspunkte sag ich schon ne, ok, ok, meine Kammer ist 1000, ich bin zufrieden gehört sich auch so wisst ihr, ähm, Lauti, äh, Gamer hat grad in den Chat geschrieben trotzdem und da hat er trotzdem mit D-R-O-Z geschrieben bist du wieder runtergefallen, warum war ich jeden da wieder runtergefallen? was, Alter, was machst du? ich weiß es nicht stimmt... eine gewisse Artikel mir über die Aufmerksamkeit aber, wenn es nicht besser ist, die wird nicht besser, das ist ein starkes Beispiel, aber.... alles, was ist, was ist, was ist, was ist, was ist, ich bin vielfach und fahrend, Uwe in der Hälfte er hat aber das war der Kälte der Kälte der auch und er hat mich nicht da kann es beim Flugzeug landeplatz und schießt mich ab als er machte er sich nicht mehr das ist der Tag anrufen das ist die Allee der Beirut hat und wollen aber aber habe ich nicht was machte ich weil ich hatte auch eine Karte er hat er hat er hat er schießt auch auf der Fall aber ich bin wieder zu machen er hat er hat er hat er hat er gezogen der Ecker so gehen abgab ist es laut wird nein er kann es nur oder nicht nein abgab ist es abgab wie geht er hat gesagt ich tue es bisher geschickt wird wenn es auch nicht mehr er hat es ja auch ich weiß es wird um ich weil die Tick dir gesagt dass du Traitor bist, der ist beim Heliport Nein, ich hab gesagt der ist KOS, weil ich ihn tot haben will Du bist tot, trotzdem Tu mir Levy, ich will Levy tot sehen Warte mal So, wenn der Esther nicht ist, ist es Tarkan Ja, Tarkan ist sie auch Okay, ist es Tarkan Sagen wir, dass es Tarkan ist Tarkan will das mal dreimal hintereinander Traitor wissen Ja, warte, wer ist das? Ja, das ist Tarkan Ich bin nicht mal Traitor, also von daher Gigi, das ist ein kleiner Verreicht, Traitor ist dann, wenn du dich anstieg Gigi, Lärm, Gigi, Lärm, Gigi Nein, Fisch, ja, aber da war ich nicht, ich gehe weg So, okay, auch nicht Dann mit Goldtähter oder, nur Zudem hat es jetzt, gelaufen die Tarkan, wer nicht Was machst du denn ohne mit Julian? Was, was ist los Ich hab noch gar nicht gemacht, warum, was? Müssen wir wieder alleiner Was? Ach so, ja klar, das war ich Ey, das, wo ich dachte, das wusste schon vorher noch Kaffee dreißig ist die Verkaufsitzung zu machen was ist so lebt er möchte ich wusste ich dass du die sich hatte ich nur schieße gehen das ist so gesagt hier habe ich auch nicht wirklich durch die Zwischenruhe was hast du alles du meinst du kannst du mal weiterentwickeln und das ist der Schiedel das hat und zwar in der Karte ich sehe ob ob derjenige geht es und ich habe mich übertreten dass ich habe ja was ist denn los ich habe das macht er auch ganz ohne und er hat auch an der Schuss habe ich nichts gemacht die ganze Runde steig für es ist gemacht er macht da erhältlich Leute wir haben beide nichts gemacht er hat das Kapp abgetötet oder nicht ich hab 50 mal daneben geschossen bei Tarkan du kleiner Wix ich hab gewonnen die die irgendwelche Personen angeschossen haben nein ich hab Tarkan noch nicht mal getroffen Leute ich hab keine Lustität abgeschossen noch einmal hab ich getroffen wenn Tarkan mich noch einmal random killt oder als Detective hat sagt dass ihr mich töten sollt gehen ich habe ich habe eine ganze Runde Tarkan auf 4 50 mal auf Tarkan geschossen einmal getroffen und Leute das war's das ist ein bisschen das ist so lautige Töte noch mehr als er ja klar dass er in den Moment man in der letzten Runde um hoher werden die Wurden was ist er muss auch was das ist die Hochschule Alter das war knapp in der Falle Ehebenschein die Strecke und die Hälfte wie eine Strecke und die Strecke und die Strecke überlegt er die Läder in der 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 die 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 Leute zwar nicht und das war nicht ich das war nicht ich das war Krabkrab auch ein klar und die auch nicht ab 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 die dessen die Gäste die das war nicht eine Schuld weiter die Kappkappel der Silber der Bestaktion ich würde ich mit Levy töten auf jeden Fall über die Gliedsrichtung der Sorte aber auch nicht mehr ich habe das angeboten ist immer in der Tat zu eröffnen er hat mich an der Gäste so ein alter Winkappkappel dass er hatte was Bestaktion der hat damit er die Tickte durch und ich fast tot gemacht schiefen da kann der Weg aber ich habe ein paar Jahre lang verschiebt er möchte ich sage ich habe das gemacht wie man angefangen und ich habe gerade auf der Kiste geschossen was da und nur und was kann so ich vertreten beim roten Löschel auf das geschossen der Welt auf mich hat mich hat er geschossen weil ich glaube ich bin mein Herz jetzt habe ich gerade schädige Headshot er schaubelt wird und da ja ich sucht die Leiche die erneut die Gämmel er hat eine Anerkennung geschossen für mich war das weiter und er hat ja Ries alt das war heute noch nicht geschossen Gamer ich bin Lola auf jeden Fall er war der auf die Schoss ja aber auf jeden Fall in meine Richtung Boller es lebt er ist das ist bei mir und das Leben hat das kann ich nicht aber ich habe nur gesagt dass du da bist ich wollte dich töten ich hab jetzt versprochen ich hab auch Kirby geschossen Leute ja ich dachte ich dachte Max auch irgendwie ich wusste ja wen du geschossen hast Krabkrab hat mich mit Dancy Derry von Tom runtergeschobst ja ich weiß ich hab's gedacht ja mit Nancy Derry wirklich der ist voll runtergeflogen und ich hab grad meinen Tratter Kollegen getötet weil es Halkan war ich hab nur minus neun Punkte ich hab auf Krabkrab geschossen ich hab nur 860 hättest du das gesagt hättest du das gesagt hättest du dich nicht in deine Richtung geschossen ich konnte nicht sagen Leute ich konnte nicht sagen ich hab weggerotzt ja klar aber von meiner Perspektive aus von meiner Perspektive aus sah das wirklich so aus du sitzt da oben weißt und BAB Hildi dich wird wegzurotzen ist irgendwie nicht so schwer wie man immer denkt ja aber trotzdem es ist halt ich glaube ich hätte steht abdienst 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 bei prozent woher nur wer wird damit sich denn da an der Seite landen ich sterbe es ist ich hab das Mockernett gegen den Kopf Prozent Lernstädter ja es ist aber auch gegen den Kopf werden ein da war ich was drei Wettbewerb in der Gegend zu werden und schütteln sich nicht mehr er hat er in der Tat noch mal ein weitergeschützt muss werden wir ja bald hat Schatten die sind halt abgestanden das ist schade trotzdem in den Fass gestellt du bist es die Dörter auf was die den Fass geschätzt auf das Fass geschossen wenn man das Geld hat aber er hat er ist er hat auch ein Fass geschossen aus dem Tag anstand aber ist dann Töte Inhalt und das Fass anschließend erlaubt es war Ich hab erst neben ihn gestellt! Das ist kraftvoll. Verdammt, nein! Wo ist er denn? Ja, ich hab kraftvoll gesagt, ich bin froh! Er hat echt doch das fast... Ich hab mich. Hä, wo war mein Twitter-Kollege? Äh, er ist runtergefallen oder nicht, wenn es Childy war? Oh, verdammt! Ey, aber er hat echt das fast neben ihn gestellt! Wait, er bin auf 6! Ja, ich bin bei 6! Da ist Grapper! Da ist Grapper! Nein, 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 das ist die normale Map-OT! Nicht mehr über die Neue! Ne, die Neue ist scheiße! Ich find die Neue cool! Die Neue ist scheiße hässlich! Die Neue ist genauso wie die Alte, nur dass es mehr eingerichtet ist! Nein, es ist einfach so hässlich scheiße! Ich find das auch gar nicht so schlecht! Ich find's auch nicht schlecht! Es ist halt Neue, aber ist egal! Ja, dann... Ich bin in Norfolk! 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 Ich bin in Norfolk!